Ja, Leute, es geht weiter. Wir sind, glaube ich, kurz vorm Bosskampf. Äh, halt. Wie. So. Genau. Oha. Okay. Und... Rüberschwenken. Schwingen. Und durch da. Bereit machen. Oha. Hihihihi. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kume. Und die Musik, die ist witzig. Hihihihi. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Hihihihi. 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 Die Lache wird langweilig. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Hihihihi. Oh, treuer Fassal. Zerstöre diesen Eindringling. Jo. Und keine Waffe. Ha. Jetzt aber. Jetzt geht's richtig los. Huah. Alles klar. Huah. Ach du. Weißt du. Okay. Ich sammle lieber erstmal ein paar Herzen ein. Wow. Bleib mal locker. Ich versteck mich. Hier findest du mich nie. Ich versteck mich nie. Ach. Ich weiß, ich verfehle mein Herz. So. Komm her. Mach das hier auch noch kaputt. Und dann bist du tot. Hoffe ich. Wow. So war das nicht geplant. Au. Okay. Ich muss mir was anderes ausdenken. Einmal. Bang. Ah. Scheiße. Der Typ ist stark. Hab ich nicht irgendwas, womit ich ihn... ...noch mehr verletzen kann? Hm. Scheiße. Muss ich das jetzt alles mit einem Schwert machen? Vielleicht hilft das hier. Scheiße. Na, komm her. Der Typ ist lahm. Das könnte ich ausnutzen. Du Arschloch. Mann. Scheiße. Nochmal. Und... Yo. Nochmal. Vier Herzen abgezogen. Drecksack. Komm her. Back. Ah! Yo. Was war's schon, oder was? Okay. Wusch, wusch. Oha. Nabooru. Oh, wo bin ich? Grommel. Sieht aus, als hätte sie sich befreien können, Kume. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerodu-Kriegerinnen, Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste des mächtigen Ganondorfsesklaven. Hihihi. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Hihihi. Bang! Weggesehen. Oha. Okay. Okay. Okay, gehen wir mal rein da. Wir sind aber ziemlich stark verletzt. Das ist nicht gut. Gibt es hier nicht irgendwie Leben oder sonst was? Habe ich irgendwas dabei, was mich heilen könnte? Nein. Ich habe das Gefühl, das wird ein harter und langer Kampf. Halt mal. So wäre es besser, so kann ich deren Angriffe besser reflektieren. So. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Pah. Oha. Das scheint wohl Feuer zu sein. Boah, die fette Klubsch-Augen. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Bang. Ja, ist gut. Wir wissen, dass du eine abartige Scheißlacher hast. Die hat genau so eine Klubsch-Augen. Mein Eisz-Zauber wird seine Seele gefriert trocknen. Toll. Gefriert trocknen. Wuhu. Okay. Killer-Omas. Ha. Killer-Omas. Wie geil. Na, greif an. Autsch. Autsch. Scheiße, das wird... Das geht nicht gut. Nein! Na, greif an! Ach, Scheiße. Sorry für die kleine Störung. Ha! Treff an. Ich bin bereit. Scheiße. Okay, jetzt erstmal egal. Kreis auf die Feinde, ich brauche Herzen. Herzen, Herzen, Herzen. Es gibt hier echt gar nichts, was mir irgendwie Herzen auffüllen könnte. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ah! Und ich bin tot. Ah, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das muss ich nochmal versuchen. Klar, ich will fortsetzen. Okay. Halt mal. Ich werde mir jetzt erstmal ordentlich Feen holen. Und dann gehe ich da nochmal rein. Und dann werde ich die fertig machen. Aber sowas von. Halt. Ja, ja, ja. Wow. So. Okay, also bis zum nächsten Teil. Und dann geht's.